Moin Internet, ihr hört Folge 139 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Heute würde ich was behaupten, wird es eine sehr schnelle Runde. Okay, warum? Naja, weil, ich spoilere mal schon ein bisschen, ich greife ein bisschen vor, aber normalerweise, wir haben ja eigentlich immer mindestens ein Lacker-Level mit dabei in unserem Cast, aber dieses Mal müsst ihr euch das Lacker-Level quasi in eurem Kopf vorstellen, liebe Hörende da draußen. Und euch quasi, weil ihr kennt uns ja jetzt, vor allem uns beide mittlerweile schon so gut, weil ihr so fleißig zuhört und so tolle AbonnentInnen seid. Deswegen wisst ihr ja wahrscheinlich sowieso schon genau, was wir vorstellen würden, wenn wir Lacker-Levels hätten in dieser Folge. Das heißt, das müsst ihr euch dann selbst zusammen imaginieren. und könnt dann zum Beispiel eure Schätzung, was wir gesprochen hätten, wenn wir Lacker-Levels gehabt hätten, in unseren Discord schreiben. Den Link zu unserem Discord gibt es natürlich in den Shownotes wie immer und auf lostlevels.de und damit seit langem mal wieder Hausmeisterei am Anfang der Folge. Aber das ist eine gute Idee, das fände ich spannend. Manchmal ist das ja gruselig, also wie viel die Leute über einen wissen. Weil also für uns ist es so, wir reden ja einfach so zu zwei, hört ja niemand direkt zu, das kommt ja erst später. Deswegen ist es immer, manchmal muss ich zweimal darüber nachdenken, was ich hier so teile. Ja. Vielleicht sollte ich dreimal darüber nachdenken. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist alles sehr im Rahmen gewesen. Ich meine, ich glaube, das pikanteste war wahrscheinlich das geheime Rezept deiner Oma für Plätzchen, das du mal geteilt hast. Oh, das war gut, ja. Das hast du auf jeden Fall lange erwartet und hoffentlich auch heiß erwartet. Und ich hoffe, es haben auch einige Leute nachgebacken. Hoffentlich, ja. Wenn ihr das nachgebacken habt, dann, und noch nicht Bescheid gesagt habt, dann bitte in den Feedback-Kanal, in den Discord. Wir würden uns darüber sehr freuen. Ja, wo du dabei bist, das kann ich schon, wenn ich das nächste Mal beim Podcast dabei bin, stelle ich einen Kuchen vor. Ich experimentiere gerade mit Kuchenrezepten, plural. Sehr gut. Und bis dahin habe ich hoffentlich ein Ergebnis. Aber jetzt lass uns über Spiele sprechen, deswegen sind wir ja hier. Das ist ein guter Punkt, ja. Unter anderem sprechen wir über Spiele in diesem Podcast. Und ich würde sagen, wir diven direkt rein. Möchtest du mal anfangen dieses Mal? Ja, sehr gerne. Das erste Spiel, über das ich sprechen möchte, heißt Terror at Oakheart. Das ist jetzt seit knapp drei Wochen raus. Zwei Wochen sogar nur, glaube ich. Von Tainted Pact. Das ist ein Solo-Dev, der sich hier aber Hilfe für alles Grafische geholt hat. Und der war, bevor er Game-Designer wurde, Musiker und ist auch mit irgendeiner Band, also tatsächlich auch mit sehr großen Metal-Bands auf Tour gegangen. Ich habe mir sein Twitter-Profil ein bisschen angeguckt. Und entsprechend ist halt auch Sound-Design und die Musik top in diesem Spiel. Und bisher hat er nur First-Person-Horror-Spiele veröffentlicht. Das hier ist jetzt aber ein Pixel-Side-Scroller, also was ganz anderes. Aber genauso wie ein paar der Spiele, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, spielen alle seine Spiele im selben, wie heißt das, Ludic Universe. Also die sind alle inhaltlich irgendwie verbunden. Und hier ist es halt so, dass du, wenn du Terror at Oakheart durchgespielt hast, schaltest du ein Minispiel frei, in dem man Mr. Topps spielt, der hundert Seelen sammeln muss, sprich hundert Menschen töten muss, um aus diesem Spiel auszubrechen. Und ich glaube, Suffer the Night ist dann das Spiel, wo er frei ist. Das ist quasi das Prequel dazu. Und Suffer the Night ist, glaube ich, auch schon rausgekommen. Aber in Terror at Oakheart spielt man einen Clown, einen Killer-Clown, der Teddy heißt. Und der hört wie, weiß ich nicht, draußen, er hört so ein Geräusch, geht raus und dann findet er so einen Alien. Das ist eigentlich eine Fleischmasse mit vielen Zähnen. Und die befiehlt ihm dann eine Maske, so ein bisschen wie bei, wie heißt der denn, Alien im ersten Teil. Da gibt es doch irgendeinen Sucker oder sowas. Dieses Vieh, das dann auf dem Face-Sucker. Genau. So was in der Art passiert ihm. Und Teddy hat dann halt diese Maske auf, die ihn befiehlt zu töten. Und er muss dann halt diesem Fleisch-Alien die Leichen bringen und das füttern. Und das ist der Prolog von Terror at Oakheart. Und in diesem Spiel gibt es, also jegliches Trope aus Horror-Slasher-Filmen der 80er und 90er findest du hier. Es gibt ein Camp, es gibt das Final Girl. Ähm, es gibt einen Kill, der einen Schlafsack involviert, wie in einem der 30.000 Freitag der 13. Teile. Und das ist definitiv als Hommage gedacht. Also das spielt natürlich auch mit dieser Übertreibung. Und ich habe einen Kommentar gesehen, einen Review bei Steam. So, ja, es hat keine deep Story oder sowas. Dann dachte ich, das ist kind of the point. Ähm, aber gut. Also ich erwähne es nur, weil man muss es wissen, damit man nicht enttäuscht ist, glaube ich, und damit man weiß, worauf das Spiel hinaus will. Und man spielt aber nicht nur Teddy, sondern alle möglichen Figuren in Oakheart. Diesen Killer-Clown, aber auch viele seiner Opfer, das Final Girl, man spielt sie alle irgendwann mal. Und es gibt neun Kapitel, meine ich, da bin ich mir so zu 90 Prozent sicher. Das erste heißt Prolog, dann kommt erst die Eins. Und das letzte Kapitel heißt Final Chapter, also so im Dreh neun Kapitel. Und am Anfang wirkt es fast ein bisschen langweilig. Man muss viel gehen, also links und rechts, und dann kannst du so ein bisschen interagieren. Man muss ein bisschen Rätsel lösen, aber jetzt nichts Überwältigendes. Aber atmosphärisch, es ist eine 1a mit Sternchen. 1 plus mit Sternchen heißt es, ne? Später kann man dann aber auch schießen. Es gibt dann insgesamt sogar drei Waffen und es kommen immer wieder so kleinere Rätsel. Und das Gameplay würde ich so als Grund solide beschreiben. Also alles hat man schon mal irgendwie gesehen, aber es funktioniert halt einfach ziemlich gut. Aber wo das Spiel richtig glänzt, das ist Audio, Grafik und der Vibe. Also die Charaktere wirken glaubwürdig. Die haben, selbst wenn sie teilweise geringer Screentime haben, haben die eine Persönlichkeit. Auch weil es eben angelehnt ist an die Stereotypen aus Horrorfilmen. Also in dem Camp gibt es dann so einen ekligen, schleimigen Typen, der die ganze Zeit mit seiner Freundin rummachen will. Und du hast nur diese zwei Zeilen Dialog von ihm und du weißt schon ganz genau, was für ein Typ das sein soll. Und genau da funktioniert halt dieses heftige Verlassen auf Referenzen so gut, weil du mit sehr wenig schon sehr viel vermitteln kannst, weil die Leute es einfach kennen. Und die Musik, die erinnert an Psycho von Hitchcock, die Szene unter der Dusche, wo sie mit dem Messer erstochen wird. Das, was da kommt, das kommt auch bei jedem Kill in Terror at Oakheart. Und das Main Theme, wenn das Menü da läuft, das ist so ein richtig krasser Orgel-Track. Es kommt richtig gut. Und das Spiel ist dunkel, aber bunt genug, um schön zu sein. Und man erkennt alles und doch gerade nur so wenig, dass ein Teil immer noch deiner Fantasie überlassen bleibt. Und dieser Vibe, ich weiß nicht, wie ich es eines beschreiben soll, atmosphärisch irgendwie. Es ist ja aber auch immer sehr subjektiv, aber es funktioniert einfach. Ich finde es gruselig auf eine trashige Art und Weise. Irgendwie weißt du natürlich, was passiert, aber trotzdem ist es richtig gut. Einfach. Das ist ein Gem, dieses Spiel. Richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass Michael, so heißt der Tainted Pact-Typ, dass er weiter in diese Richtung geht. Das ist nämlich was. Und First-Person-Horror, das ist nichts, meiner Meinung nach. Aber das hier, das hat Flair. Und da sehe ich noch mehr. Und ich muss ja immer so obligatorische Vergleiche bringen, weil mir das immer hilft, wenn jemand versucht, ein Spiel zu beschreiben. Und das hier ist, wenn Thimbleweed Park auf Terrifier trifft, die Filmreihe. Oder wenn Octavio Navarro, von dem ich auch gigantischer Fan bin, wenn der auf 90er-Slasher-Filme treffen würde. So in die Richtung geht es irgendwie. Es hat mich ein bisschen an Killer Frequency erinnert. Was ja auch so ein 80er-Horror-Theme hat. Und es ist einfach, also ich bin richtig froh, dass ich Taroid Oakard gespielt habe. Ich finde es richtig, richtig gut. Es war eine Top-Erfahrung. Das ist natürlich überall noch ausbaufähig, aber was ist das nicht? Und es hat dann nur zwei, drei Stunden gedauert. Und damit ist es perfekt für einen Samstag oder Sonntag oder irgendeinen freien Tag. Weil du hast dann kompakt die Story erlebt, diese ganze Erfahrung gemacht. Und ich fand es bereichernd. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich war richtig drin. Ich habe noch das ganze restliche Wochenende darüber nachgedacht und war traurig, dass es schon vorbei war. Und am Ende war dieser Bosskampf und alles, was so davor kam, das ganze Level, das war sogar richtig schwierig. Dafür, dass du eigentlich nur nach links gehst, nach rechts gehst, interagieren und dann später schießen kannst, war das eine motorische Herausforderung irgendwie. So Hand-Augen-Koordination war ein bisschen stressig, aber top, einfach top. Das kann ich bedingungslos empfehlen. Dieses Spiel. Und das hat man ja nicht oft. Das stimmt. Ja, aber interessant auch, dass du quasi wieder ein Horrorspiel mitgebracht hast, wo wir ja letztens auch erst darüber gesprochen haben, wie du deine Beziehung mit Horrorspielen, wie sich die so weiterentwickelt hat in den letzten Monaten über die letzten Spiele hinweg. Und das ist ja quasi, also ich denke mal, da ist wahrscheinlich auch der Zugang, ja, oder die Barriere auch geringerweise einfach so diesen, naja, auf eine Art cuten Look halt so, ne? Ja, genau. Ähnlich wie halt auch zum Beispiel die Octavia Navarro spiele, die ja auch irgendwie nicht, die ja quasi nicht so, nicht fotorealistisch sind und nicht fotorealistisch sein wollen und einfach so einen ganz eigenen Look haben, so einen abstrahierten Look so ein bisschen vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, also du kannst ja auch Horror und Grusel und Schaudern erzeugen, ohne dass es besonders grafisch sein muss. Vielleicht kannst du es sogar eher erzeugen und der Rest ist dann mehr so Terror und Ekel und sowas und Abneigung, Abscheu einfach. Und ich, deswegen meine ich ja, das, was er davor gemacht hat, diese First-Person-Sachen in den Müll damit, das braucht kein Mensch, noch so das Hundertste, wo du irgendwie nur Hände siehst, zwei oder eine Waffe oder sowas und dann gehst du durch ein dunkles Level, wo du nichts erkennst und auf einmal kommt dir so eine Puppe entgegengesprungen. Braucht kein Mensch mehr. Ja, da gibt es ja, also das war ja, ich glaube mit Five Nights at Freddy's oder sowas fing das an, dass das so einen richtig heftigen Hype erlebt hat, dieser Maskottchen-Horror. Ganz, ganz schlimm finde ich das. Also aus diversen Gründen, aber hauptsächlich, weil ich es einfach flach und dumm finde. Kann man natürlich mögen, ich möchte es niemandem madig reden, aber ... Aber muss trotzdem in den Müll eigentlich, Maskottchen-Horror. Und dann lieber doch mal sowas Frisches. Ja. So, fände ich gut. Man kann ja damit experimentieren, wie man es gruselig macht, wenn du nicht auf Jumpscares und Ekliges dich verlassen kannst. Voll. Was mich noch interessiert tatsächlich bei dem Spiel ist, dass es ja quasi, also laut Steam zumindest, deutet es ja quasi an, dass die Charaktere auch überleben können. So, und dass sie ... Also, natürlich kann es auch sein, dass es quasi eine falsche Andeutung ist, aber was war denn dein, das Endergebnis bei dir? Sind alle gestorben bei dir? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Hervorragend. Ich hatte es, also, ich habe mich das auch gefragt. Und dann bin ich aber nicht nochmal zurückgegangen in das Level, aber ich dachte auch, ich habe das eine Mal wirklich laufgeschrien Richtung Monitor, weil, also, du verlierst dann die Kontrolle über den Charakter, den du eben noch hattest und hast dann auf einmal die Kontrolle über den Killer-Clown. Und so. Und dann dachte ich, alles klar, ich weiß ja jetzt, wo das Opfer ist, aber kann man da nichts machen irgendwie? Und dann kannst du auch als Killer-Clown noch so ein paar, mit so ein paar Gegenständen und Dingen interagieren. Und ich glaube, also, ich bin einfach die 0815 stereotypische Spielerin gewesen. Ich habe das, glaube ich, exakt so gemacht, wie man das machen sollte. Also, ich bin exakt dem Weg gefolgt, den das Spiel mir vorgezeigt hat. Und ich dachte, ich würde es anders machen. Kennst du das, wenn du zwei Wege hast und du denkst, okay, es geht in diese eine Richtung, deswegen gehe ich erstmal in die andere. Und dann will aber das Spiel, dass du in die andere erst gehst. Und ich bin jedes Mal drauf reingefallen und jedes Mal dachte ich mir so, oh shit, jetzt sind die schon wieder alle gestorben und es geht alles auf. Und es war gar nicht so clever, was ich gemacht habe. Also, vielleicht würde ich auch einfach in einem Horrorfilm nicht überleben. Das kann auch gut sein. Ja. Aber, nee, es sind alle gestorben. Okay. Ich glaube, ich hätte halt zum Beispiel, also ich bin dann jemand, der, ich musste an meinen Until Dawn Lauf denken, was ja auch ein hervorragendes Horrorspiel ist. Was ja auch quasi diese ganzen Film-Tropes irgendwie auf die Schippe nimmt, so ein bisschen. Und auch hervorragender Cast ist ja quasi, die sind ja, die Figuren sind ja alle nach realen Schauspielern modelliert, mehr oder weniger, die da ein paar dafür gestanden haben. Unter anderem Remy Malek, einer sehr, sehr guten Verkörperung. Oh, stimmt. Genau. Und da habe ich tatsächlich so gesaved sogar bei dem Spiel, weil ich einfach wollte, dass alle überleben. Und ich wollte quasi, das ist auch echt ein großes Problem bei mir. Ich will ja, ich will eigentlich immer Spiele bestmöglich abschließen und vor allem auch immer die guten Entscheidungen treffen, sagen wir so. Ja. Und ja, vielleicht muss ich aber dann, also gerade wenn es halt wirklich so ein kurzes Spiel ist, so zwei, drei Stunden, vielleicht wäre das dann mal die Gelegenheit, mich darauf einzulassen, dass ich einfach mal, naja, vielleicht eben nicht alle rette, so wie in Until Dawn zum Beispiel. Ja, ich glaube, Taroid Oakard macht es dir aber auch leicht, weil du ja auch den Killer spielst. Ja, klar, das stimmt natürlich. Irgendwer verliert halt, so. Aber, also, du scheitst, du scheitst, du scheitst, du scheitst, du scheitst, du scheitst, du scheitst. Du fängst halt beim Prolog an und sobald du ein Kapitel fertig hast, schaltest du das Ende, das nächste Kapitel frei und dann kannst du dann vom Menü aus in alle freigeschalteten Kapitel einfach so reingehen. Das habe ich genutzt, weil natürlich gibt es ja Collectibles, so kleine Plushies und da hat mir noch eines gefehlt. Und das brauchte ich dann noch. Aber ich habe tatsächlich nicht ausprobiert, ob ich jemanden hätte retten können. War mir auch egal, weil, weiß ich nicht, ich habe die, bei mir ist es so, das war bei Life is Strange ganz krass. Und ich dachte mir, die Entscheidung, die ich als erstes treffe, auch bei Lies of P, ich mache das einfach so aus dem Bauch raus. Ich denke da ein bisschen drüber nach und vielleicht overthink ich das auch. Aber das ist dann einfach die Entscheidung, die ich getroffen habe und ich will die nicht optimieren, sondern ich will, dass es meine Entscheidung wird und nicht eine aus irgendeinem Guide, damit ich das perfekte Ende bekomme. Und jedes Mal denke ich mir, ich spiele das Safe nochmal durch und es ist noch nie passiert. Ja. Boah, das ist, bei mir ist das so schlimm, gerade bei Soulsborne-Spielen auch, diese ganzen, weil es ja so unerwartete und krasse Failstates gibt bei den Quests irgendwie. Boah, die sind so gemein. Von den Charakteren. Und ich denke mir so, ich kann diese Spiele nicht mehr ohne Guide spielen, das geht einfach nicht, weil ich, ich muss, ich muss einfach zum Beispiel, keine Ahnung, ich muss, ich muss, ähm, Anri retten zum Beispiel, so, in Dark Souls 3. Ich kann, ich kann, äh, sie oder ihn, je nachdem, was für ein Geschlechter-Spielercharakter er hat, nicht seinem Schicksal überlassen oder ihrem Schicksal überlassen, das geht nicht. So, ich muss da möglichst, möglichst gut abschneiden und das ist ganz schlimm bei Soulsborne bei mir. Ja, Mann, ich fühle das. Ich habe auch Elden Ring nicht durchspielen können ohne Guide. Ja. Da war ja auch, also, man verliert ja auch Content dann. Ja, ja. Und das wollte ich nicht. Und ich weiß noch, ich habe jetzt Dark Souls 3, glaube ich, dreimal oder so durchgespielt. Mhm. Und ich habe immer noch nicht das Achievement für alle Ringe, weil mir dieser verkackte Ring fehlt von dieser Frau, die da auf der Treppe sitzt. Und wenn du nicht am perfekten Zeitpunkt so irgendwie, es gibt so ein ganz kleines Zeitfenster und wenn du da nicht mit ihr sprichst, dann greift sie dich auf der Brücke Richtung Eisstadt an. Und das habe ich noch nie geschafft einfach, weil das so, da kommt doch niemand drauf. Das macht mich wahnsinnig. Aber vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht bei unserem nächsten Dark Souls-Lauf, Dark Souls 3-Lauf. Ja, vielleicht. Ich wollte eigentlich sagen, vielleicht letten wir es go. Ja, das auch natürlich. Aber vielleicht müssen wir einfach sagen, let it go und uns dem nächsten Spiel widmen. Ja, Terrell Oka zum Beispiel. Ja. Top-Spiel. Aber ich meine, nach dem nächsten Spiel in unserer Liste. Also, ja, das auch. Ja, genau. Und mit dieser hervorragenden Überleitung würde ich sagen, mache ich weiter mit meinen Spielen. Mhm. Und zwar, was nehme ich denn? Corponation. Weil das auch auf eine Art Horror ist. Beziehungsweise weniger Horror natürlich als mehr Dystopie. Und zwar ist es eine Mischung aus, ja, Live-Sim mehr oder weniger und so einem Arcade-Puzzle-Sortierspiel. Und wurde entwickelt von einem EntwicklerInnen-Duo namens Canteen aus Brighton, aus UK. Und der erste Eindruck, als ich das Spiel gestartet habe, war, geil, die Farbpalette. Ja, weil das ist ja quasi so, also, es ist ja kein Einbild oder so. Es ist halt schon, es ist halt einfach nicht so dieser Polished-Pixel-Look, sondern es ist halt schon sehr, es sieht aus wie aus den 90ern, so. Also, es sieht halt einfach objektiv nicht super schick und super poliert aus, sondern es ist alles ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen rough, sage ich mal. Das fand ich irgendwie direkt gut, tatsächlich. Weil das dann auch so ein bisschen retrofuturistisch ist, weil nämlich die Story, der Story nach, man ist quasi der Bewohner slash, oder ein Bewohner slash ein Bürger, eine Bürgerin einer sogenannten Corponation. Und diese, diese Corponations, oder beziehungsweise die einzige funktionierende Corponation namens Ringo, wo man eben Bürger slash Angestellter ist, die entstanden quasi daraus, dass eben ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach Firmen mehr Macht als Staaten bekommen haben. Unter anderem durch den Zugang zu seltenen Rohstoffen und dann mehr oder weniger so ein, ja, geschlossenes System geworden sind, wo eben alles intern geregelt wird. Also, nicht nur die Arbeit, sondern auch die Versorgung, die Verpflegung, Wartung, Wohnen etc. Also, quasi so wie Company Town to the Extremes sozusagen. Das war ja in den USA ganz im 20. Jahrhundert da ganz, ganz gängig, dass sozusagen um irgendwelche, weiß ich nicht, zum Beispiel, um irgendwelche Erzabbauanlagen, dass dann sozusagen dann in der Nähe halt so eine Company Town entstanden ist, wo dann sozusagen auch dein, dein, dein Geld, das du da verdient hast, eben in dieser Company Town ausgibst. So. So habe ich mir immer Silicon Valley vorgestellt. Ja, Silicon Valley, ja genau, vielleicht ist das so die neoliberale Version von so einer Company Town, vielleicht, dass man einfach so in diesem geschlossenen Ding irgendwie drin ist. Und es ist aber natürlich ganz, also, es ist natürlich dann ein Mittel zur Bindung der ArbeiterInnen an die Firma, so, oder den Betrieb. Und es ist natürlich an und für sich super, super problematisch, so. Und in Corporations ist es halt einfach das, weil das ganze Spiel, das ist eine Satire, so. Und deswegen ist es natürlich auf 3000 gedreht, so ungefähr. Und als Protagonist in diesem Spiel ist man quasi neu angestellt im Genom-Sektor der Ringo Corporation. Und der Tagesablauf ist einfach, man wacht auf, man fährt mit dem Fahrschul zur Arbeit, man trifft keinen anderen Menschen. Man sortiert in seinem Fall, also weil auch jede Person irgendwie ihren zugewiesenen Job hat, mehr oder weniger, nach einem Test, der vorher gemacht wurde, und dann zu ermitteln, in welchen Jobs man irgendwie gut ist. Und man sortiert Proben. Also man weiß nicht genau, was für Proben das sind, nur dass sie eben, ja, bestimmte Charakteristiken haben. Da muss man sie eben bestimmte, ja, Töpfchen mehr oder weniger einsortieren, sagen wir mal so. Dann ist der Arbeitstag zu Ende. Man fährt wieder in sein einsames Spot. Man macht den Computer an, man gamet ein bisschen, man shoppt ein bisschen, man redet ein bisschen mit seinen zugeteilten drei ArbeitskollegInnen über die interne Chat-App und dann geht man wieder schlafen und dann geht es wieder von vorne los. So, und diese Monotonie wird eigentlich nur durchbrochen dadurch, dass man eines Tages kontaktiert wird von einem Kollektiv namens Synthesis. Und das ist ein Zusammenschluss von so Anti-Ringo-Rebellen, mehr oder weniger, die das System irgendwie zum Zufall bringen wollen. Und die dir immer wieder mehr Aufgaben geben, dass du das System quasi sabotierst. Und Synthesis beauftragt euch damit quasi, eine Maschine zu bauen, die im Endeffekt, ja, Ringo stürzen soll. Und inklusive eines sehr überraschenden Twists am Ende, den ich natürlich nicht verraten werde, aus Spoilergründen, aber der mich wirklich, also tatsächlich sehr überrascht hat, muss ich sagen. Auch so von der Message irgendwie. Und genau, spielerisch ist es tatsächlich, der Hauptpunkt ist eben, dass dann diese Proben sortiert. Es gibt eben Alpha, Beta, Delta und Gamma Typen von Proben und dann gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt zum Beispiel, die Probe kann eine Zahl beinhalten, die dann entsprechende Zahlenfolge entspricht hat Alpha, die nächste entspricht Beta zum Beispiel. Oder bestimmte Formen, eine Form ist dann eben Alpha, eine Form ist Beta oder Muster etc. Und das wird immer komplizierter mit fortschrittendem Spielverlauf, dass dann zum Beispiel irgendwelche Sachen kombiniert werden. Oder dass du zum Beispiel noch weitere Parameter dazukommen, dass du darauf achten musst, dass die Proben nicht abgelaufen sind, weil sonst musst du die eben aussortieren. Und natürlich bekommst du für jede falsch zugeordnete Probe Credits abgezogen. So, das heißt, du verdienst nur Credits, wenn du korrekt sortierst und du musst auch immer eine Quote erfüllen, jeden Tag. Und diese Credits gibst du dann eben nach der Arbeit aus, zum Beispiel für In-Game-Transaktionen im Ultimate Ringo Fighter, was so ein Prügelspiel ist. Ein State Licensed Gaming, ein Beat'em Up, genau. Wo du aber quasi nur verteidigen oder angreifen drücken musst. Und dann kannst du eben in diesem Spiel kannst du dir eben mit Credits Diamanten kaufen, die du da wiederum nutzen kannst, um dich zu heilen während der Kämpfe zum Beispiel. Also es ist alles sehr ... Dieses Spiel im Spiel allein ist halt schon so ein Musterbeispiel, warum einfach diese ganze Lootbox-Geschichte, Pay-to-Win-Geschichte, In-Game-Transaktionsgeschichte einfach so kaputt ist. So, zumindest wenn es halt darauf ausgerichtet ist, dass man irgendwie, dass der Erfolg reingekoppelt ist, so, in einem Spiel. Und es gibt auch Solitär. Und das natürlich dann ... Selbstverständlich. Natürlich gibt es ein Solitär-Spiel. Das ist wirklich sehr, das macht sehr viel Spaß. Das ist sehr gut. Und man kann aber auch dann an seinem Rechner eben im Ringo-Shop Sachen kaufen. Zum Beispiel Bettwäsche mit dem Ringo Air drauf. Man kann sich Plastikpflanzen kaufen, man kann sich Poster kaufen, wo dann drauf steht irgendwie Arbeiten ist geil, so ungefähr. Und das muss man auch. Natürlich muss man ja ... Man ist eine in sich geschlossene Firma-Land-Staats. Das heißt, man muss die Wirtschaft ankurbeln, des Landes in Anführungsstrichen, dadurch, dass man eben seine Credits da ausgibt. So. Diesen Kreislauf quasi weiter perpetuiert. Aber man muss eben auch darauf achten, dass man seine Rechnungen bezahlt. Also man muss sein Essen selbst bezahlen logischerweise. Man muss die Wartungsarbeiten bezahlen. Man muss Miete für seinen Pott zahlen. Und das erzeugt hat einfach so, finde ich, ist einfach so eine sehr smarte Kritik einfach an diesem ganzen Zyklus aus Arbeit und Konsum, dass man einfach irgendwie nie, also theoretisch zumindest, nicht wirklich Geld zurücklegen kann, weil man immer irgendwie weiter investieren muss. Man muss immer, um eben an der Gesellschaft teilhaben zu können, muss man halt irgendwie Geld investieren. Man muss aber auch darauf achten, dass man nicht zu viel Geld ausgibt. Und das ist zumindest die Idee. Ich muss aber sagen, am Ende hatte ich sehr viel Geld übrig. So. Und obwohl es auch andere Möglichkeiten gibt, noch mehr Geld auszugeben. Es gibt zum Beispiel, man bekommt von Synthesis dann irgendwie nach einer Zeit einen Pager zugesteckt, was quasi so ein altes Hardware-Ding von Ringo ist, das umgemodelt wurde. Und da ist dann mehr oder weniger so ein Reddit-mäßiges Diskussionsforum, wo halt die Leute sich irgendwie ohne Überwachung durch Ringo eben austauschen. Und auch da bekommst du eben dann diese erwähnten Aufgaben zugewiesen. Und man kann aber auch eben Leuten helfen, die eben selber nicht so viel Credits verdient haben vielleicht, die nicht mit diesem ganzen Zyklus klarkommen, indem man eben Credits spendet. Und, aber trotzdem, ich hatte am Ende immer echt genug Geld und habe auch immer gut genug performt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein quasi Schuderklopfen ist von mir nach dem Motto, ich bin so ein geiler Gamer. Ich habe das Spiel gegamed und hatte nie wirklich Probleme. Das ist richtig gut im Sortieren. Genau, einfach richtig ein scharfes Auge, schnelle Hand, hat Augenkoordination. Obwohl ich schon bald 40 werde, deswegen, ja. So, aber, also davon ab, ich finde, das ist einfach eine richtig gute Satire auf diesen ganzen, also da sind super viele Elemente einfach drin, zum Beispiel auf der einen Seite halt, dass zum Beispiel, du hast auch so eine Nachrichten-App irgendwie auf deinem Rechner und das ist aber nur so Content-Marketing, wird quasi immer nur beworben, wie toll irgendwie die Ringo, die Ringo-Corponation ist. Dann Gaming ist halt einfach so ein klassisches Opium fürs Volkding, dass einfach die Leute damit beschäftigt werden und irgendwie ermutigt werden. Mehr zu arbeiten, härter zu arbeiten, damit sie dann irgendwie deine Credits ausgeben können. Und, oder zum Beispiel auch so was wie Obrigkeitshörigkeit, dass du halt zum Beispiel, es gibt so einen Tag, dass der Manager's Day ist, da musst du dann eben Geschenke, deinem Manager Geschenke machen sozusagen, obwohl er halt nichts für dich tut, so dich einfach nur mit mehr Arbeit zuschüttet und selbst halt irgendwie, ja, kaum arbeitet so ungefähr. Oh, Horror. Und, ja, mega. Da gibt's dann auch so einen extra Reiter in dem Shop sozusagen mit, mit so, wo du dann so eine Plakette kaufen kannst, dann mal bei einem Manager und so und das dann eben dem Manager schenken und das ist also richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Und auf der anderen Seite, positive Aspekte sind natürlich auch mit drin, sowas wie Arbeitnehmer in Organisationen im Sinne, also im Gestalt von diesen Synthethys-Foren, das da quasi besprochen wird, wie kann man irgendwie am besten da Ringo sabotieren, sowas wie Mutual Aid slash Solidarität zwischen Arbeitenden durch diese Spendengeschichte. Und, ja, also ich finde, das ist einfach sehr durchdacht und es ist halt sehr überzogen natürlich. Also es ist halt wirklich, wie halt eine Satire, eine gute Satire meiner Meinung nach ist, es ist überzogen, aber es macht halt einen Punkt. So, und deswegen hat mich auch das Ende tatsächlich ein bisschen überrascht, ohne zu viel verraten zu wollen, wie gesagt, und ein bisschen auch ernüchtert, weil das habe ich absolut nicht erwartet. Aber andererseits, vielleicht ist es auch gut, dass es eben so geendet hat, das Spiel, weil es eben dann auch mit den Erwartungen irgendwie gespielt hat sozusagen. Weil natürlich, natürlich denkt man, dass man dann irgendwie doch diese, also entweder, dass man eben die Firma stürzt oder dass irgendwie irgendwas anderes passiert, was es verhindert, mehr oder weniger. Aber das tatsächliche Ende ist dann schon noch mal ein bisschen anders. Deswegen fand ich das schon auf jeden Fall, fand ich sehr spannend, auf jeden Fall, wie das Spiel das gemacht hat. Nee, Spoiler mal, ich habe aber einen Tipp. Ja. Jetzt hast du schon so viel angeteasert, jetzt musst du es auch sagen. Kannst du irgendwie so eine, Leute können ja kurz weghören. Also ich glaube, entweder ist das eine Falle, um, weiß ich nicht, Leute in so ein Arbeitslager zu stecken oder sowas, noch mehr Geld aus denen rauszupressen. Oder diese Synthesis ist quasi Konkurrenzkonzern, die eigentlich basically dasselbe machen wollen, nur halt das selbst machen wollen. Das sind meine Thesen. Aber Spoiler mal. Okay, ich Spoiler mal. Im Endeffekt ist Synthesis eine Operation von Ringo selbst. Ja. So, das heißt, dem diese Gruppe geschaffen und erlauben denen sozusagen halt Sabotage durchzuführen, mehr oder weniger, damit sich die, damit, wie heißt das auf Deutsch? Und, um die Ranks zu closen, weißt du? Damit man sozusagen einen gemeinsamen Feind hat, also den man quasi dann so paraden kann und sagen kann, hier, die versuchen uns kaputt zu machen, was wir uns aufgebaut haben. Deswegen seid mal gegen Synthesis. Und, ja, um einfach so die Stimmung für Ringo zu machen. Ja, oder halt Leute aufzufangen, die dagegen sind, dass denen nicht langweilig wird, so, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Das ist das, was ich meine, ne, ja. Und der große Twist am Ende ist tatsächlich, du, also das ist auch so ein bisschen so ein, also das, was wirklich perfide ist, tatsächlich, finde ich, ist, also im Endeffekt so ein Trainingsprogramm oder so ein Aussiebelprogramm, ob man für die Rolle eines Executive geeignet ist. Weil am Ende kommt man quasi dann irgendwie in diese Chefetage, sitzt dann vor so einem Executive-Typen und der sagt dann, hier, du hast jetzt die Wahl, entweder wir löschen in dein Gedächtnis und dann kommst du dann wieder zurück und weißt von nichts und arbeitest wieder ganz normal weiter. Oder du wirst halt Executive und kannst dann eben selber sozusagen diese drakonischen Maßnahmen, diese Quoten feststellen und so und die Leute drangsalieren mehr oder weniger. Das ist dann quasi die Entscheidung, die Entscheidung du hast. Und deswegen halt irgendwie fand ich es irgendwie ernüchternd und unerwartet, weil eigentlich gerade so Spiele, die so politisch sind, meiner Meinung nach halt häufig irgendwie die Message haben, gerade wenn man sich zusammenschließt, dann kann man was erreichen. Aber Corponation sagt halt irgendwie, selbst wenn man vermeintlich außerhalb des Systems agiert, so als, weiß ich nicht, Rebellengruppe sabotiert, man ist trotzdem im System gefangen, mehr oder weniger. Ja, so und es ist nur so eine Scheinrebellion irgendwie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll im Endeffekt. Ich find's gut, dass sie diesen Punkt so aufmachen. Aber ich weiß nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Hab ich noch nicht zu Ende gedacht, was ich davon halten soll. Aber ich fand's auf jeden Fall interessant, dass mal dann eben nicht, also ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen anderer Twist so am Ende kommt. Ja, weniger hoffnungsvoll, aber ist das am Ende nicht genau wie im Kapitalismusleben. Also, du kannst es kritisieren, aber du bist halt trotzdem Teil des Systems, das sei halt, und du steigst komplett aus. Also, du bist ja Teil davon, auch wenn du es scheiße findest, so lässt sich halt nicht so viel machen. Das stimmt, ja. Aber halt auch so irgendwie, dass man durch Sabotage dann zum Executive aufsteigt. Wobei das nicht auch wieder eine Aussage sein kann, dass man auch irgendwie, ich hab noch nicht ganz zu eingedacht den Gedanken, aber dass man auch irgendwie vielleicht durch das, vielleicht in meinem Endeffekt steigt man ja auch nur in solche Ränge auf, wenn man halt irgendwie andere Leute mehr oder weniger sabotiert halt so, ne? Klar, du kannst nur reich werden in dieser Welt, wenn du Leute auf die ein oder andere Art ausbeutest. Also, niemand, der Milliarden gemacht hat, hat die ganz alleine erwirtschaftet. Ja, richtig. Und am Ende ist das ja auch nur Nepotismus. Ist das das so, Nepotism? Vetternwirtschaft halt. Also, nee, ich hab da einfach keinen Bock drauf irgendwie. Immer, wenn ich darüber nachdenke, hab ich so eine krasse innere Abneigung und denk dann so an Leute, von denen ich weiß, dass sie hyperinkompetent sind, aber einfach, weil sie Buddy-Buddy machen mit irgendwelchen anderen Typen, ihren Job bekommen haben und sich jetzt einen Arsch voll Geld verdienen. Ich glaub, das ist es auch einfach, so wie du Executive and Cooperation wirst. Ich glaub, das ist ein bisschen zu nah an der Realität manchmal. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur extra zynisch und pessimistisch heute. Das kann auch sein. Das ist natürlich, das kann auch natürlich sein. Ja, das stimmt. Aber Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Und ja, selbst in so einem Spiel, also, dass nichts unmöglich ist, zeigt ja zum Beispiel die Tatsache, dass selbst in so einem Spiel einfach solitär aufzunehmen. Ja. So. Solitär is everywhere, wie der Spruch so heißt. Und anders als in Corponation, wo solitär nur ein Teilaspekt ist, des Spiels, ist bei deinem zweiten Spiel solitär quasi the whole deal, mehr oder weniger. Nee. Nein? Nee. Ach nee, stimmt, ist ja gar nicht solitär. Ist ja quasi Poker, ne? Ja. Ja, stimmt. Kartenspiel, dies, das. Dies, das, ananas, alles dasselbe. Also, genau, ich habe Balladro gespielt. Ich muss mir immer, ich vergesse immer, wie es heißt. Es ist ein Vokal zu viel drin, dass ich es mir merken kann. Das ist eine Empfehlung aus unserem Discord gewesen. Und ja, es ist ein Rogue-Light-Glücksspiel-Deckbilder mit Poker. Also Steam Tag sagt Rogue-Like mit K. Ich würde Rogue-Light mit T sagen. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Die Glücksspiel-Debatte habe ich mich auch medium ausführlich mit auseinandergesetzt vorhin. Und, ja, genau. Also im Grunde ein Deckbilder mit Poker. So, du musst genug Chips sammeln in jeder Runde, um jeweils drei Gegner zu besiegen. Das ist Small Blind, Big Blind und dann der Boss. und der Boss hat auch immer nochmal eine eigene Fähigkeit, dass zum Beispiel alle Karo-Karten keine Buffs mehr haben oder dass deine Multiplikatoren halbiert werden oder dass du fünf Karten spielen musst und nicht nur drei solche Sachen. So, und du spielst halt in dem, also du hast ja Karten auf der Hand, das variiert und auch je nachdem, was man so angeklickt hat. Dazu kann ich gleich noch das ein bisschen komplizieren. Ich habe es aufgeschrieben, ich hoffe, wir kommen hier durch. Also, du legst dann die Karten und du musst halt ein Pokerblatt legen, also ein Flasch. Das sind dann zum Beispiel fünfmal dieselbe Farbe. Ein Straight ist fünf Karten in einer Reihenfolge, Paare. Und das wird am Anfang geklärt und ist auch jederzeit abrufbereit. Also, du kannst auf so Button klicken, da wird dir nochmal erklärt, was ein Flasch ist. Und auch, wie oft du den schon gespielt hast, dass du weißt, was du, in welche Richtung du so denkst. Weil du kannst auch Karten weglegen und neue ziehen aus deinem Deck. Das hat am Anfang die üblichen 52 Karten, also wenn du vier Farben hast von zwei bis erst. Aber du kannst auch neue dazu bekommen und die ummodellieren und dann kannst du ja Karten nachziehen und dann baut man ja auf was hin. Also, ich lande am Ende immer bei zwei Paaren oder Full House aus irgendeinem Grund. Ich achte selten auf die Farbe und Farbe meint, ich erkläre es vorsichtshalber, bei Kartenspielen meint Farbe nicht rot oder schwarz, sondern Kreuz, Pi, Karo, Herz. Und diese Karten geben dann halt Punkte. Bilder zählen zehn und zahlen das, was draufsteht und dann bekommst du aber, je nachdem, welche Pokerhand du hast, noch einen Multiplikator. Also, das, was die Zahlen zählen, das sind die Chips und das wird dann immer mit einem Multiplikator zusammengerechnet. Und damit kommt man noch nicht so wahnsinnig weit. Du hast so drei bis fünf Züge, es variiert genauso, wie deine, die Karten auf der Hand variieren, je nachdem, was für Boni du so hast. Und deshalb kommen dann Joker ins Spiel. Die sind ein sehr großer Teil. Damit bekommst du entweder Bonus auf Chips, also jedes Mal, wenn du ein Blatt ablegst, bekommst du 100 Bonus-Chips. Oder du bekommst jedes Mal, wenn du Peak spielst, dreifachen Multiplikator oder sowas. Oder je nachdem, wie viele Paare du hast, bekommst du nochmal einen Multiplikator. Oder je nachdem, wie viele Tarotkarten du gespielt hast, es gibt tausend Milliarden Möglichkeiten, aber du kannst nur fünf Joker haben. Und da kommt dann dieser Deckbuilding-Aspekt rein, weil du dir überlegen musst, wie kannst du das möglichst so aufbauen, dass die Joker aufeinander aufbauen. Also wenn du zum Beispiel einen hast, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Also ich hatte in einer Runde einen Joker, der hat mir plus einen Multiplikator gegeben, jedes Mal, wenn ich eine Planetenkarte benutzt habe und dann hatte ich irgendwann 30 Planetenkarten benutzt und hatte jedes Mal mal 30. Das war schon ganz gut und dann hatte ich noch einen zweiten Joker, jedes Mal, wenn ich eine bestimmte Karte weggelegt habe, hat er mir eine Planetenkarte generiert. Und dann konnte ich richtig viele Planetenkarten benutzen, weil mir der eine Joker die generiert hat und wenn ich sie benutzt habe, hat mir der andere Joker Bonus gegeben. Diese Planetenkarten, das sind genauso wie Tarotkarten und so Spectral-Karten benutzbare Gegenstände, Consumables, mit unterschiedlichen Effekten. Also Tarotkarten können zum Beispiel die Karten verändern. Du kannst eine Goldkarte erzeugen, wenn du die Karte am Ende noch auf der Hand hast, bekommst du drei Dollar sind es. Wenn du eine Karte aus Stahl hast, immer wenn du die auf der Hand hast, kriegst du 1,5 Multiplikator. Wenn du eine aus Glas hast und die benutzt und die auch gezählt wird in deinem Blatt, dann bekommst du da nochmal irgendwie einen Multiplikator drauf, aber da ist eine 1 von 4 oder so Chance, dass sie zerbricht und dann komplett gelöscht ist. Also solche Sachen. Und es gibt auch noch Multi und Bonus und dann gibt es folierte Karten, es gibt Steinkarten, es gibt Holokarten und auch die Joker können diese extra Boni haben und da kommt dann eine richtig lange Stange an Boni zusammen und die Planeten, die sind nochmal ein bisschen anders, die erhöhen quasi diese, das Level deines Platz. Also wenn du zum Beispiel die Erde hast und benutzt, dann wird dein Full House Level erhöht. das heißt sowohl der Basischipwert als auch dieser Basismultiplikationswert erhöhen sich. So, das heißt jedes Mal, wenn du dein Full House machst, ist das schon mal grundsätzlich stärker. So, oder spielt man dann Runde um Runde und du musst jede Runde mehr Chips am Ende haben und weiterkommen und du kannst den Small oder Big Blind auch skippen und dafür dann nochmal irgendeinen Bonus bekommen. Das kann Geld sein, das kann irgendwie so ein Booster Pack sein oder sowas, aber den Boss musst du dann halt machen und es gibt acht dieser Runden, meine ich. Also insgesamt, warte, lass mich überlegen, dass ich jetzt durcheinander komme. Doch, ich glaube acht. Ich bin beim Big Blind in der achten Runde gestorben, das war mein Highscore und seitdem versuche ich einfach mal so eine Runde durchzuspielen. Dann will ich das installieren, da bin ich auch good to go, aber ich habe es noch nicht geschafft und ich habe auch, also, was ich vergessen habe, was noch wichtig ist für diese Glücksspieldeplatte gleich, jedes Mal, wenn du so eine Runde gespielt hast, kriegst du ja Geld, das variiert auch, da kannst du dir auch Joker besorgen, die dir noch mehr Geld geben und dann kannst du Joker kaufen oder so einen Gutschein, der irgendeinen Effekt hat oder halt so ein Booster Pack, wo dir dann drei oder fünf Karten gezeigt werden und du kannst dann ein oder zwei benutzen, also musst dann sofort aber auch benutzen, das sind dann Terrorplaneten oder so Spectral Cards oder du kannst Karten für dein Deck, so ganz normale Karten dazu kaufen, genau und das, was in diesem Shop gezeigt wird, ist natürlich zufällig, welche Karten du ziehst beim Spielen ist zufällig, welche Joker dir zum Verkauf angeboten werden, genau und bei Steam läuft gerade immer noch so ein Stream, so ein Video, das ist ja ganz oft so, dass dann da drüber im Shop so ein Video läuft, wo jemand das spielt und das sind irgendwie so zwei Typen, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, aber ich finde die einfach hyper unangenehm und die reden darüber, als wäre es was Wichtiges, weißt du, als wäre das nicht so das Casualste aller Casual Games, die reden darüber, wie Männer über Fußball reden, so, als wäre, weiß ich nicht, ich kann es nicht genau in Worte fassen, ich glaube, das ist der beste Vergleich, den ich hinkriege und dann reden sie darüber, dass sie und fiebern mit und hoffen, dass der Typ, der spielt, den Joker bekommt, den er braucht, damit sein Deck noch krasser wird und erhoffen sich dann irgendwas und das war nicht meine Erfahrung, das habe ich nicht so gefühlt beim Spielen, also ich habe das genommen, wie es gekommen ist und habe versucht, einfach das Beste aus meiner Situation zu machen, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch einfach Typsache und ich habe es jetzt, ich glaube, sechs Stunden oder so gespielt und das macht schon Spaß, aber ich würde jetzt, ich glaube, ich habe kein Problem damit, das einfach zu deinstallieren, glaube ich. Ich habe auch festgestellt, deswegen ist es für mich ein Roguelite mit T, je mehr man spielt, desto mehr versteht man erstens die Mechanik, die sich, ja, also es sind ja ausgedachte Begriffe und du musst erst mal die Sprache dieses Spiels kennenlernen und die Sprache von Poker und von Kartenspielen, wie bei jedem Spiel eigentlich, aber du kannst halt auch, wenn du bestimmte Dinge erreichst, so Achievements, kannst du neue Joker freischalten und die sind dann im Shop und das heißt, so ein bisschen wie bei jedem Roguelite, startest du den Run komplett nackig, aber das, was du dann dazu bekommen kannst, dieses Arsenal, das erweitert sich so nach und nach. Da habe ich jetzt noch keinen gigantischen Unterschied festgestellt, aber ja und also ich habe auch erst drei von 31 Achievements, das kann ja auch ein Indikator für was sein, also dafür, wie viel ich noch nicht gesehen habe, glaube ich und es hat auch die Suchtdebatte angefacht, erweitert, beides nicht so richtig, finde ich, aber das Thema war halt im Diskurs um das Spiel präsent und Rainer Siegel hat ein paar kluge Worte dazu aufgeschrieben, das hat auch jemand im Discord verlinkt und meine Gedanken nach jetzt sechs Stunden dazu sind, dass ich ebenfalls finde, wie Markus das im Discord geschrieben hat, wenn dieses Wort Sucht im Raum steht, aber spielmechanisch nicht erläutert wird, also wieso schreibt man das in der Rezension, aber sagt dann nicht, warum differenziert und erklärt man das nicht weiter, doesn't make sense, also schließt sich mir nicht und gleichzeitig ist natürlich das Wort selbst in einer Review immer mit einem feilen Beigeschmack, bitteren Beigeschmack, wie auch immer, mit einem Beigeschmack zu genießen, weil es oft positiv konnotiert wird, so dieses Spiel macht süchtig, aber Spielsucht ist nicht cool, sondern ernst, aber das wird immer ignoriert, in der Hoffnung, dass man den Begriff umdeuten kann vielleicht und Videospiele damit halbwegs legitim bleiben, also es ist für mich dieselbe, fast schon verzweifelte Argumentation, wenn es um Spiele als Kulturgut oder Kunst geht, es ist immer ein bisschen mit der Angst verbunden, dass andere einem das Hobby-Madig reden, weißt du, und deswegen will man krampfhaft solche Themen einfach vermeiden und den Diskurs um Videospiele positiv lassen, das ist schon ein bisschen Toxic-Positivity, finde ich. Ja, das Spiel war auch zwischenzeitlich aus einigen Shops verschwunden, weil es eben an manchen Stellen neue Altersbeschränkungen erhalten hat, nämlich ab 18, eben weil es Gambling sein soll und der Publisher hat es verneint, vehement, was ich für vollkommen illusioniert halte, aber das ist nur mein Bauchgefühl und deswegen habe ich mir nochmal genauer angeguckt, was Glücksspiel eigentlich ist, was diesem Spiel hervorgeworfen wird und Wikipedia sagt, es ist ein in Klammern verbotenes Spiel um Geld bei dem Gewinn und Verlust vom Zufall abhängen und Bayern Recht schreibt, ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. So, dann gibt es dann auch weitere Faktoren, also Wetten sind verboten, aber Sportwetten nicht, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dann ist noch wichtig, wer gibt wem, wann, Geld, wie viele Personen sind involviert, ist es online, ist es präsent, ist es öffentlich oder geschlossen, also Glücksspiel ist ein gigantisches Thema einfach, auch unabhängig von Videospielen und hier ist es so in Balladro, du gibst kein echtes Geld aus und auch das Spielgeld behältst du, du musst nicht mal das Spielgeld setzen, um spielen zu können, du bekommst nur mehr und kannst es dann halt für Boni ausgeben, um deine Gewinnchance zu erhöhen, also letztendlich und wenn du verlierst, verlierst du einfach das komplette Spiel und kein Geld und der Zufall ist ja aber sowas von gegeben und dann kann man aber diskutieren, wie das Verhältnis zwischen Zufall und Skill hier oder auch in anderen Spielen ist, ab wann du Einfluss auf den Spielverlauf hast und ab wann es eigentlich nur noch RNG ist und da möchte ich nicht hin in diese Diskussion und ich glaube, hier trägt einfach auch der Poker-Look maßgeblich dazu bei, dass Menschen sofort an Glücksspiel denken plus natürlich, dass das Spiel extrem erfolgreich ist, das ist am 20. Februar erschienen, das ist jetzt drei Wochen her und es hat fast 16.000 Rezensionen bei Steam und damit kommen halt dann auch einfach die Hater, wie es so schön heißt und ich glaube aber auch die Angst vor Sucht oder dem Suchtbegriff, also das ließ sich glaube ich hier nicht vermeiden. Ja, das jedenfalls Balladro gutes Gelegenheitsspiel finde ich. Ich will wie gesagt noch diese 20 Runden schaffen und dann bin ich durch, dann kann ich es deinstallieren aber ich habe gemerkt, ich hätte gerne mehr Kartenspiele in Videospielen das ist eine Adaption im Grunde und die ist prinzipiell sehr gut. Man sieht es ja in Solitär das ist nicht mehr wegzudenken aus Videospielen vollkommen zurecht und jetzt hier Poker aber es gibt ja noch so viele andere geile Kartenspiele Kartenspiele generell sind der Shit und ich kenne leider niemanden ich weiß ich habe dich und Daniel sowas auch schon mal gefragt keiner kann Skat spielen dabei ist das so ein geiles Spiel das nochmal mit mehr so Gamey Mechaniken und so bunten Dingern und Glitzer und sowas und das wäre schon was das wäre toll das würde ich spielen das könnte vor allem auch mal für den deutschen Videospielmarkt also alle deutschen Videospielentwickler ein Tipp vielleicht wollen wir ein Skatspiel machen geiles so und nicht versuchen irgendwelche Triple A Spiele nachzubauen die hunderte von Millionen US-Dollar kosten mit einem Budget von zwei Millionen Euro sondern ein geiles Skatspiel machen so ein bisschen tongue-in-cheek mäßig ein bisschen witzig ein bisschen bunt warum nicht ja du kannst ja auch eine Story dazu machen also wir haben ja auch schon über genug Solitärspiele mit Story hier gesprochen richtig wie hast du mal das eine Studio der Entwickler die Grey Matter nein Grey Hand nein was die diese Solitär Story Spiele machen also diese ausschließlich quasi hattest du das nicht mal vorgestellt so Spy Solitär oder so ja das war Bethel Games aber das meinte ich nicht sondern ich meinte Daniel ist ein ganz großer Fan von meinst du Sektronix nein 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 wie heißt es denn ist ja furchtbar ähm es werden bestimmt Leute schreien innerlich richtig gutes Podcasting ja auf jeden Fall warte ich muss noch ganz kurz in meine Community durch da habe ich es natürlich auch nämlich drin ähm ähm äh oh wo ich gerade durchscrolle auch ein gutes gutes ähm gutes Karten Videospiel Kartshark zum Beispiel wo so Kartentricks ja das war auch gut da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen ja ja selbstverständlich so jetzt bin ich doch gleich hier und zwar ich google jetzt mit das Spiel ist Shadowhand eines der Spiele Grey Alien Games genau die machen wirklich ausschließlich Solitärspiele die haben zum Beispiel gemacht Regency Solitär die haben gemacht Dual Match Solitär die haben gemacht ähm was weiter runter die haben gemacht äh die machen ganz viele andere Sachen auch okay Ancient Enemy RPG Card Battler auch so Solitärmechanik dann eben Shadowhand ähm ja also das mal irgendwie ja mit anderen Karten spielen ich wäre Fan genau wie du auch ja ich bin gerade auf deren Webseite ich berichte ich negativ überrascht wahrscheinlich ah die wurde aber seit mehr als zehn Jahren nicht mehr überarbeitet kannst sogar noch Facebook Follower werden ja stimmt ja aber gut ist ja egal wenn es läuft für die gut ja wenn es läuft wenn es funktioniert auf jeden Fall genau ja und was du auch schon sagtest ne also dieses dieses ähm es sieht auf wie Poker es spielt sich wie Poker ähm deswegen muss ein Glücksspiel sein das ist natürlich auch so eine also das ist so ein so ein lustig Argument einfach irgendwie da kann man sich ganz andere Spiele mal vornehmen anstatt das irgendwie an so einem so einem Spiel auszulassen und dann irgendwie es quasi zu erzwingen dass es eine Ab-18-Wertung bekommt also das ist schon ein bisschen albern ja aber das ist ja gerade diese dieser Punkt dass das erklärt werden muss was genau denn eigentlich Gambling ist wie das in einem Spiel in einem Videospiel funktioniert oder wie es halt auch also in einem Casino oder sowas funktioniert also was genau ja macht es denn auf einer mechanischen Ebene ja voll zu so einem Glücksspiel wo ziehst du da irgendwie die Grenze wenn bei Videospielen hier und da irgendwas ausgewürfelt wird also offensichtlich wenn du da Geld reingibst so laut Gesetz aber ja da gibt es ja sehr sehr viele auch so Streamer und Videospiele und die ganze Lootbox-Mechanik und sowas aber vielleicht hat auch einfach jemand die Steam-Beschreibung zu wörtlich genommen weil da steht ja you play illegal poker hands und dann direkt so ah illegals Pokerspielen okay das muss Glücksspiel sein so ungefähr darüber bin ich ja auch gestolpert aber es ist ja nur illegal weil du du kannst auch mit so ein paar ich weiß nicht Tarotkarten oder sowas kannst du die Farbe einer Karte wechseln oder du kannst den Wert erhöhen oder du kannst halt dafür sorgen dass sie zweimal gezählt wird du cheatest quasi das Spiel aus und du versuchst indem du möglichst clever dir deine Joker und Karten zusammenstellst das Spiel noch besser auszutricksen und halt noch höhere Punkte Punktzahlen zu erreichen das ist mit illegal gemeint dass es sich eben nicht an die Pokerregeln hält aber gut wenn das irgendwie gemeldet wird irgendwo und dann guckt sich das jemand das quasi an ohne das Spiel über das Spielbescheid zu wissen sieht Poker sieht irgendwie illegal denkt sich hm vielleicht ist es Glücksspiel so weißt du was ich meine ja wobei also liegt jetzt es ist jetzt auch nicht so abwegig der Gedanke also es ist jetzt nicht so beneath Videospielen Glücksspielmechanik zu verwenden und wenn prinzipiell da jemand irgendwo ein Auge drauf hat und bei dem die Alarmglocken dann läuten oder bei der und man dann auch mal eine Konsequenz draus zieht und handelt das mag jetzt in diesem speziellen Fall semi gerechtfertigt sein aber prinzipiell halte ich persönlich das trotzdem für den richtigen Schritt glaube ich das stimmt aber da muss man dann eben auch wie du ja schon gesagt hast irgendwie Definitionsklarheit schaffen und auch irgendwie die entsprechende Analysekompetenz haben in Anführungsstrichen ja Medienkompetenz einfach auch ja und das ist halt irgendwie dann wird ein weiß ich nicht einen von vier Punkten auf das zutreffende Indie-Spiel quasi als ab 18 eingestuft während so Spiele wie weiß ich nicht Genshin Impact zum Beispiel wo du dir ja auch irgendwie mit Echtgeld irgendwie deine Währung kaufen kannst um neue Gacha-Kugeln aufzumachen da kümmert sich dann keiner drum so das ist dann irgendwie ein Milliardenspiel auf dem Handy und da ist dann niemand dann der irgendwie Interesse dran zeigt so und deswegen ist es halt so ja man muss halt man muss halt wissen worüber man entscheidet so man muss halt irgendwie sich über Definitionen im Klaren sein und irgendwie ja abgesehen davon also abgesehen von der in Anführungsstrichen Suchtdebatte die noch mal eine ganz andere ist aber ja ich glaube aber es gibt also ich glaube diese Definition die muss es doch geben weil das doch in der in Anführungszeichen echten Welt so ein Ding ist aber ich glaube es fehlt einfach die Schnittstelle wo Leute sich damit auskennen und Handlungskompetenz haben und gleichzeitig genug Medienkompetenz um das einordnen zu können vielleicht fehlt einfach diese diese Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen möglich aber let's be real am liebsten am liebsten einfach alle Spiele verbieten oder ab 18 machen das würde der Welt helfen bestimmt ach du was würde der Welt nicht helfen ja genau aber solange wie nicht alle Spiele ab 18 sind und frei zugänglich sind könnte man auch seine Zeit mit dem nächsten Spiel verbringen und zwar Pacific Drive Pacific Drive ist es ist mehr oder weniger ein Story-basiertes Survival Crafting Roguelite Autofahr Simulationsspiel von Ironwood Studios einem Entwicklerstudio aus Seattle und ich hab ja so Crafting und Survival-Spiele so ein bisschen gefressen irgendwie ich hab weiß ich nicht da gibt's einfach zu viele wo du irgendwie dann so hier du bist irgendwie in deiner Unterbuchse irgendwo gestrandet und musst jetzt erstmal weiß ich nicht Holz hacken und dann musst du dir deine kleine Hütte bauen und dann musst du Blaupausen erforschen und dann musst du irgendwie jagen gehen und das und irgendwie weiß ich nicht es ist halt so wenn ich irgendwie dieses einsame Insel Zivilisation aufbauen Vibe Ding haben möchte das möchte ich eigentlich in Spielen nicht so ich persönlich nicht so explizit haben aber Pacific Drive ist dann eine richtig gute Ausnahme weil es halt so einen ganz einfachen Punkt hat einen ganz einfachen Hook hat der mich halt mega reingezogen hat aber vielleicht erstmal ganz kurz worum geht's überhaupt also das ist es spielt in der mehr oder weniger Jetzt-Zeit aber natürlich in einem alternativen auf einer alternativen Erde und zwar in der sogenannten Olympic Exclusion Zone wie die eben im Nordwesten der USA im Bundesstaat Washington liegt wurden quasi in den 60er Jahren wissenschaftliche Experimente mit einer bis dato unbekannten Energieform namens LIM durchgeführt natürlich gehen diese Experimente schief und man ja mauert quasi diese Exclusion Zone ein aber diese unerklärten Phänomene und Anomalien die sich quasi durch diese Experimente ja Bahn gebrochen haben die da ausgebrochen sind natürlich überwinden diese diese Mauern mehr oder weniger und die Zone breitet sich aus und dann baut man eine noch größere Mauer sodass quasi wirklich keine vor allem keine Menschen und keine lebenden Wesen mehr rein oder raus können so und man spielt in dem Spiel eine Fahrerin es wird quasi nicht gegendert es wird immer nur als Driver bezeichnet und man muss eine Lieferung in diese Zone weil es leben dort tatsächlich noch Menschen so aber die können eben nicht rein und nicht raus und deswegen ist man irgendwie darauf angewiesen dass man quasi Paket in diese Zone reinbringen kann und man selber ist quasi so eine Lieferfahrerin und während man auf dem Weg dahin ist natürlich so Übergangsschleuse mehr oder weniger wird man durch so einen Strudel in diese OEZ oder OEZ reingesaugt und dann auf eine bisher noch nicht erklärte Art wahrscheinlich ist es im Lauf der Spielgeschichte wird es dann noch erklärt aber soweit bin ich noch nicht ich habe es seit 7 Stunden gespielt wird man mit so einem alten so einem richtig geilen alten Kombi aus den 60ern verknüpft so ein richtig geiler Station Wagon mit dieser ich weiß nicht ob du das kennst diese die einen Seiten so diese Holzverteflung hat diese Holzding so einem Ding wird man dann quasi verknüpft mehr oder weniger es ist ein sogenannter Remnant und diese Remnants sind eben so Objekte die so ein Eigenleben haben die so eine ganz bestimmte ungewöhnliche Eigenschaften haben die eigentlich nicht ihrem Objekt Dasein entsprechen und das ist halt dann da sieht man einen ganz kleinen Einfluss den dieses ganze wie sagt man dieses Compendium rund um die SCP Foundation auf das Spiel gehabt hat das ist auch ein ganz großer Einfluss von Control gewesen wo es eben das mehr oder weniger darum geht dass das halt so fiktive Behördenberichte sind über eben solche Gegenstände zum Beispiel einen Kühlschrank den man die ganze Zeit angucken muss weil sonst irgendwie irgendwie eine andere Dimension öffnet so ungefähr und man diese Dimension reingesaugt hat oder irgendwie umgebracht wird sozusagen über diesen Kühlschrank den ich die ganze Zeit anguckt und also einfach so besessene Gegenstände mehr oder weniger und das ist halt auch so das was diese Remnants sein sollen in dem Universum von Pacific Drive und die Krux daran ist sobald man mit so einem Remnant verknüpft ist wird man langsam aber sicher in den Wahnsinn getrieben so das ist quasi nur eine Frage der Zeit bis man irgendwie komplett wahnsinnig wird und dann in die Tiefen der Zone aufbricht die quasi noch unsicherer sind als diese Außenbezirke und eben nicht mehr zurückkommt und man muss also im Endeffekt dafür sorgen dass man die Verbindung zu diesem Remnant auflöst bevor man eben komplett wahnsinnig wird und du das erklären dir quasi in den ersten Spielstunden drei Charaktere das ist einmal Oppi das ist so eine alte alte Wissenschaftlerin die irgendwie eine führende Forscherin war bei diesem Lim-Projekt und seit eben seit einiger Zeit in der Zone wohnt und dann gibt es auch einen anderen Wissenschaftler namens Francis und noch so ein ja so ein Kryptid Jäger also Kryptiden sind ja sowas wie Bigfoot zum Beispiel oder der Mothman oder so also so auch so urbane Legenden und da gibt es ja auch so in der auch in unserer echten Welt ja Leute die dann sagen die gibt es wirklich und wir jagen die jetzt sozusagen oder wir stellen die nach Dubai ist es eben einer von diesen Typen und die erklären dir quasi über dein eingebautes Radio in deinem Auto mehr oder weniger in was für einer Situation du dich befindest wie du da rauskommst wieder potenziell und das ist alles also Dialoge sind wirklich sehr 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 ja witzig so die haben alle sehr eigene Persönlichkeiten diese Charaktere und es ist tatsächlich auch also ganz gut gelöst dadurch dass du halt irgendwie dadurch dass sie auch über das Radio kommunizieren dass du ja quasi ein stiller Protagonist bist und quasi nicht selber dich da irgendwie einbringen kannst wird das quasi mehr oder weniger durch diese drei Charaktere und die Interaktion zwischen denen mehr oder weniger diese Story aufgebaut und das irgendwie passiert irgendwie sehr organisch so in meinem Empfinden und genau spielerisch ist das halt irgendwie mehr oder weniger in zwei große Blöcke aufgeteilt und zwar der eine Block spielt in der Garage von Oppi und die Garage ist mehr oder weniger in einer Homebase wo dann eben so diese dieses dieses Crafting Basisbau-Element reinkommt das heißt du kannst in dieser Garage kannst du an so einer Maschine Blaupausen erforschen und zum Beispiel für Upgrades für dein Auto aber auch für neue Stationen in dieser Garage zum Beispiel kannst du eine Crafting-Station dann da reinbauen wo du eben größere Rucksäcke herstellen kannst du kannst eine Station reinbauen wo du dann irgendwie dein Auto verschönern kannst mit so mit so kleinen ja mit so kleinen zum Beispiel so Bobbleheads für dein Armaturenbrett so und in dieser Garage kannst du eben auch dein Auto reparieren und deine Route planen so und weil das Spiel eben in Roguelite ist ist es quasi immer es ist halt Run-basiert so in der Garage kannst du frei speichern so und kannst du dich frei rumbewegen das ist genau kannst du Auto reparieren ausstatten für die nächste Fahrt mehr oder weniger und auch Dinge zwischenlagern und so und dann auf diesen Runs die dauern meistens so 30 bis 45 Minuten und die Umgebungen sind quasi immer prozedural generiert das heißt du machst immer so kleine Exkursionen in Teile von dieser Zone und genau sammelst du halt Ressourcen und treibst halt irgendwie die Story voran und und du musst halt eben auch noch wenn du halt die bestimmten diese in den jeweiligen Bereichen die Story-Quest erledigt hast oder auch wenn du fertig bist mit deinem Run dann kannst du quasi so Energiequellen einsammeln die in dein Auto mehr oder weniger reinfüttern so ein bisschen wie dieser Flux-Kompensator aus Zurück in die Zukunft und dann dich mit einem Portal verlinken das dich quasi wieder zurück in die Garage bringt so durch Raum und Zeit quasi dich zurückschleudert und sobald du dieses Portal gelinkt hast fängt quasi an dieser dieser Bereich der Zone wo du bist dieses abgeschlossene kleine Level durch die Instability genannte Energie mehr oder weniger ja sich aufzulösen so ungefähr und dann irgendwie alle organischen Materialien zu zerstören das heißt das ist dann auch ein bisschen so ein Wettlauf mit der Zeit weil du musst dann immer zu diesem Portal kommen um dann irgendwie zurückzukommen und das wirklich Gute daran im Spiel ist einfach dass das Spiel sich so krass auf dieses Auto fokussiert dieses Auto als Dreh- und Angelpunkt einfach so du bist quasi mehr oder weniger das Auto obwohl du natürlich eigentlich ein Mensch bist aber also ich hätte halt zum Beispiel mittlerweile bin ich an einem Punkt wo ich sage ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie eine große Siedlung aufzubauen oder irgendwie so keine Ahnung so Tech-Trees zu erforschen oder irgendwie tausend Blaupausen zu machen und irgendwie Material zu sammeln aber durch dieses Auto diesen Auto-Aspekt das Auto abzugraden zu individualisieren dass du halt zum Beispiel ja wie gesagt diese Bobbleheads irgendwie da reinstellen kannst dass du irgendwie dir zusätzlich einen Stauraum außen an das Auto dran tackern kannst dass du weiß ich nicht irgendwie deine Kühlerhaube folieren kannst mit irgendwie so mit so Flammen und so also so richtig trashig irgendwie also finde ich richtig richtig cool weil es spielt sich auch selber nicht so ja mega das spielt sich halt selber nicht so ernst so ein bisschen so ja einfach so so ein bisschen so ein bisschen trashig pulpy gestaltet irgendwie und man schließt dieses Auto halt sehr schnell ins Herz weil man es halt so individualisieren kann und auch irgendwie verschiedene Farben halt man kann es auch ansprühen in verschiedenen Farben und natürlich nehmen quasi die Teile von dem Auto die einzelnen halt Schaden die du halt irgendwie kannst du reparieren aber unterwegs keine Ahnung das schmerzt fast schon persönlich weißt du wenn dir irgendwie wenn dir irgendwie schon wieder so eine so ein so ein so ein durchgedeckere Roboter mehr oder weniger auf auf deine auf deine Kühlerhaube fliegt und die irgendwie fast in zwei Teile äh kaputt prügelt so ungefähr und vor allem also diese ganzen Anomalien die sind halt wirklich darauf ausgerichtet dich halt irgendwie fertig zu machen mehr oder weniger es gibt halt so es gibt zum Beispiel eine Anomalie das sehen so aus wie so Schaufensterpuppen und wenn du dir dann zu nahe kommst dann explodieren die dann gibt es eine Anomalie die mehr oder weniger so ähm da schießen aus dem Boden naja so Säulen quasi und wenn du mit dem Auto drauf bist dann fliegst du mit dem Auto halt quasi durch die Gegend so ungefähr es gibt so Türme die dich halt zappen irgendwie die halt irgendwie Elektroschaden zufügen und es ist halt immer echt immer ein gutes Gefühl wenn man sozusagen diesen diesen Anomalien die irgendwie so ein bisschen auch an die Stalker-Spiele erinnern genauso wie dieses Autoelement eben an Jaloppe erinnert dieses Indie-Spiel wo man sich so ein Lader irgendwie zusammenbauen muss und irgendwie instand halten muss und es ist echt ein gutes Gefühl wenn man es eben schafft aus der Zone raus und eben nicht so viel reparieren muss aber es ist genau so ein gutes Gefühl wenn man quasi mehr oder weniger mit geplatzten Reifen gerade noch so in diesen Teleporter reinschlittert und gerade so in Sicherheit kommt so und diese Balance einfach dass man irgendwie dass man weiß wie viel man sich trauen kann wie viel man sich trauen muss um irgendwie einen erfolgreichen Run zu haben und dann aber trotzdem rechtzeitig abzubrechen und halt vielleicht dann irgendwie die den Weg nach Hause zu schaffen das macht das Spiel echt sehr sehr gut also da ist sehr viel Adrenalin mit drin so und vor allem auch weil das halt so viel klein klein ist also dieses Auto verkörperst das wirklich in dem Sinn dass du halt du musst den Gang einlegen so du musst irgendwie einen Taste halten damit du die Zündung startest du musst irgendwie Scheibenwischer aktivieren du musst das Licht aktivieren oh das klingt richtig gut ja das ist wirklich richtig gut und das führt auch manchmal einfach zu Situationskomik zum Beispiel weil weiß ich nicht ich hab ich sehe irgendwie ich fahre beim Auto und dann sehe ich da okay da hinten ist irgendwie eine Hütte die ich irgendwie plündern möchte ich steige aus mache das Auto aus um die Batterie zu sparen weil natürlich wenn die Batterie leer ist kannst du auch nicht mehr fahren dann musst du auch drauf achten und vergesst aber quasi in Park zu schalten und dann rollt das Auto einfach weg das heißt dann springt so ein Auto hinterher dass dann irgendwie so ein Hang runterrollt eventuell vielleicht sogar in so einen Strom so ein Stromturm rein und dann irgendwie geschockt wird und dann irgendwie fliegen die Teile ab so ungefähr also es ist einfach so so ein bisschen ja Situationskomiks Lapsic mäßig fast teilweise wenn man es irgendwie vergisst so darauf zu achten und genau und ich finde es halt einfach richtig smart gemacht weil durch diesem Auto bist du halt irgendwie du bist mit dem auf einer mechanischen Ebene verbunden weil ohne überlebst du natürlich nichts quasi ein einziges Schild gegen die Elemente und gegen Strahlung und so und auch auf einer Story eben eben auch du bist ja quasi wortwörtlich verbunden mit diesem Auto mit diesem Remnant sozusagen und das ist einfach richtig richtig stark gemacht finde ich so also ich finde visuell ist es irgendwie also man hätte auch wenn mir gesagt hätte das Spiel wäre 2020 erschienen oder 2019 hätte ich auch gesagt okay ja ergibt Sinn weil es ist nicht irgendwie jetzt so mega krass ja mega krass technisch ausgereift so visuell aber es ist halt sehr atmosphärisch so und wer halt irgendwie so auf diese ganzen auf diesen Nordwesten der USA mit so Wäldern und irgendwie schlechtes Wetter und irgendwie ja so ein bisschen Lumberjack Hillbilly mäßig auf diesem Vibe steht kommt auch auf jeden Fall auf seine Kosten bei dem Spiel und ja genau und es halt es hat wirklich geschafft dieses Spiel mich wieder für so Survival und Crafting Aspekte irgendwie zu begeistern so und das rechne ich dem Spiel auf jeden Fall hoch an und hätte ich nicht gedacht ehrlich gesagt weil es ist ja auch so ein bisschen auch so ein kleiner kleiner Hype gewesen um das Spiel rum also dafür dass es halt auch so ein Indie ist ich meine es hat auch irgendwie jetzt 6000 Rezensionen bei Steam obwohl es auch seit zwei Wochen irgendwie gerade erst raus ist so also gar nicht mal so gar nicht mal so unbeliebt sag ich mal und ja also es ist halt es geht es geht wenn man möchte wird es sehr komplex und geht sehr sehr tief und es ist alles sehr individualisierbar aber man kann es auch mehr oder weniger auf dem Minimum an Crafting und Upgrades mehr oder weniger spielen also ein bisschen muss man schon upgraden damit man auch in der tiefen Zone wo es dann irgendwie noch mehr Anomalien und noch mehr Gefahren gibt irgendwie da überleben kann muss man schon ein bisschen sein Auto upgraden aber man kann einfach mal so einen Run machen so eine halbe Stunde einfach ein bisschen in die Gegend fahren mal hier so eine Autotür absäbeln mal hier irgendwie so ein Plasma Plasma Generator aufprügeln und sich irgendwie die Plasma Kapseln da rausholen und so also das ist schon es ist schon echt ein gutes ein gutes Spiel mit einfach diesem smarten mechanischen Hook dass du einfach mehr oder weniger ja einem Auto zuarbeitest ein Auto spielst obwohl da du ein Mensch bist so ja genau das wurde doch vor Ewigkeiten schon angekündigt ne ich weiß noch ich hab das vor Ewigkeiten ich hab das ich glaub E3 war es aber auch nicht mehr irgendwo hab ich das gesehen so den allerersten Reveal Trailer und das Spiel ist einfach was komplett anderes geworden als ich erwartet hatte also ich dachte das ist so ja so ein bisschen Alien mäßig die Backstory ist jetzt schon ein bisschen geiler als das was ich erwartet hatte aber ich glaub ich hab mehr so ein Driving Simulator so ein Narrativ ja nee ich kann's nicht in Worte fassen ich hab einfach was anderes erwartet und deswegen war ich da noch abgeschreckt als ich so die ersten Gameplay Videos von irgendwelchen Content Creators gesehen hab aber ich muss auch sagen ich hab's schon lange nicht mehr erwähnt deswegen erwähne ich es jetzt mal wieder als du angefangen hast die Story zu beschreiben dass man dass sie da mit so einer Energie mit so Stuff rum experimentiert haben und jetzt da so was aufgemacht haben das ist halt exakt Dino Crisis nur dass es da Dinos gibt was auch immer ein Pluspunkt ist ähm ja nee also das ist so ein Spiel glaube ich das gibt einem wieder Hoffnung also dir ja auch mit dem Crafting Teil das beweist halt einerseits auch so naja ich sag mal klassische verbrauchte Dinge können geil sein wenn sie gut gemacht sind und irgendwie kreativ was auch immer das dann bedeutet aber auch dass man ich hab mir jetzt Story Cubes gekauft ähm einfach auch so für Seminare und so und warum nicht und ich glaube Pacific Drive hat einfach was anderes gewürfelt als viele Spiele vor Pacific Drive weißt du das sind halt alles unterschiedliche Elemente die kennt man irgendwie schon aber die sind halt so zusammengewürfelt dass sie nochmal was mehr oder weniger Neues ergeben und ich glaube so Videospiele sind noch nicht ausgewürfelt einfach und das gibt mir Hoffnung auch wenn ich jetzt Pacific Drive nicht gespielt habe und eigentlich auch immer noch 0,1 Interesse dran hab das zu spielen ich glaube das wäre einfach too much und ich gebe diesen Monat kein Geld für Spiele aus und bis ich nächsten Monat wieder Geld für Spiele ausgeben kann das ist ein alter Hut ähm lange Rede kurzer Sinn schön dass es das gibt glaube ich und es sieht einfach so nach nach dem äh wie hieß das ich bring das immer durcheinander die Namen es gibt diese eine Serie mit wie heißt der Jonathan Frazier so ob diese Geschichte wirklich so passiert ist Jonathan Frakes ja Frazier war X-Faktor Frazier von Ungstatt okay X-Faktor genau das meine ich nicht ich meine Akte X ah ja X-Files genau X-Files ich meine das mit Mulder und Scully und ich glaube Pacific Drive hat zumindest den Videos die ich gesehen habe nachzuurteilen so ein bisschen diesen Vibe wenn es da schief gegangen wäre ja wie gesagt es ist wirklich es ist gut dass es dieses Spiel gibt finde ich selbst wenn man es nicht spielt wie du wieder sagtest selbst wenn man es vielleicht nicht nicht damit anfangen kann aber es ist gut dass es diese Art von Spiel gibt dass es auch einfach ein bisschen Production Value hat und halt irgendwie nicht so komplett Indie ist dass halt auch solche solche Spiele halt irgendwie funktionieren so ja also gut abgesehen davon natürlich musst du nicht keine Illusionen machen ähm das ist ein One in a Million Ding so dass dann so ein Spiel eben auch halbwegs erfolgreich sein kann so aber ja wenn es es dann ist umso besser ja man muss doch auch einfach ein bisschen Hoffnung haben jetzt bin ich wieder weg von meinem Zynischen jetzt habe ich wieder Hoffnung so schnell kann es gehen man muss einmal den Lost Levels Podcast machen oder im Fall unserer Hörenden vielleicht sogar hören und schon ist man auf der Straße vom Zynismus zur Hoffnung zurück ja besser hätte es nicht sagen können so das ist auch ein hervorragendes Schlusswort auch und deswegen lasst uns doch hoffnungsvoll abschließen und wir hoffen nämlich einfach dass euch gefallen hat was ihr gehört habt und falls das so sein sollte dann teilt den Podcast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify gerne Sterne slash Bewertung da alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de genau wie den Link zu unserem Discord und auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.bsky.social ist das glaube ich immer diese diese offizielle Endung da also atlostlevels wird man wahrscheinlich auch finden ja Christina ja wo treibst du dich in den wilden Weiten des Internets rum oft was überall unter at chrassikils sehr schön auch nicht mit Z hinten dran ne mit S ja da muss ich dir einfach hier Z genommen damals das wäre ziemlich Gamer mäßig gewesen auf jeden Fall ja dann hätte ich noch so große und kleine Xer und Nullen davor und danach gemacht das stimmt das stimmt no offense was allerdings ja also nicht mein Cup of Tea was was allerdings komplett unverdächtig ist ist wenn Z ganz vorne dran ist wie bei meinem Handle im Netz nämlich Zanderbird Z-N-D-T E-R-bird wie der Vogel vielen Dank an dieser Stelle auch wie immer an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts ihn findet ihr auf Twitter nein gar nicht mehr auf Blue Sky unter add mit Vorteil so wie auch sein Pen & Paper Rollenspiel YouTube Kanal heißt auf dem er unter anderem erklärt wie man Worldbuilding im Pen & Paper und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal